Hi, heute bei EinfachHernis zu einem kurzen Info-Video. Das ist das erste Video kurz nach Kobi Beins Tod der West in Peace, Kobi. Ich wollte einfach nur kurz darauf hinweisen, dass ich mitten im Umzug stecke und es könnte passieren, dass demnächst leider nicht so viele Videos hochgeladen werden. Ich wollte auf jeden Fall etwas ändern hier. Ich wollte definitiv die Community mehr einbinden. Es gibt so viele coole Leute hier auf meinem Kanal, die kommentieren, liken und einfach ständig da sind und aktiv sind. An dieser Stelle auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch alle. Wir sind kurz davor, die 300 zu erreichen. Ich will auf jeden Fall an dieser Stelle das Team WeCoast grüßen. Und ich darf natürlich nicht Gabriel zockt vergessen. Und dann hat mich noch der Leon Boldstars gebeten, ihn nochmal zu pushen hier. Und dann noch den Andreski S. Checkt mal die Kanäle aus. Als letztes gehen besondere Grüße nochmal raus an FromHell. Mama verloren. Auch hier an dieser Stelle. Rest in Peace. Für die Zukunft habe ich mir vorgenommen, in jedem meiner Videos eine Person zu grüßen. Bis dahin. Euer Janus. Ciao.